Hallo, herzlich willkommen hier im Reichenhof, hier unten in der Bar. Ich bin der Joachim, der Barchef hier und heute Abend machen wir zusammen eine Munich Mule. So, wir brauchen ein Kupferbecherchen, klassisch dafür. Wir brauchen fünf bis sechs Stücke Limetten, die bitte andrücken. Nicht zerquetschen, aber andrücken. Die müssen noch ein bisschen Saft mit abgeben. Dann brauchst du ein bisschen Crushed-Eis drauf. Zwei, drei Würfel. Oh, natürlich Gin. Ein bisschen Lime-Juice. So, erstmal hinstellen. Und dann kommt noch eine Zusatz, die ganz wichtig ist. Eine Diener-Limonade. Und Gurke. So, Gurke wieder obendrauf. Strohhalm rein. Und schon ist er fertig. Der Munich Mule. Voilà. Cheerio, viel Vergnügen.